So schnell kann es gehen und wir sind schon wieder stark da, denn hier geht es ganz ganz am oben hoch. 55 Megaflumkörper an uns bei besten Temperaturen und die schönen da aus, nicht der Welt erwartet uns. Also viel Spaß euch denn mit. Da ist schon hoch. Marvin, Marvin. Die Seile halten uns auf. Das ist die Hälfte. Ist schon gruselig so ein bisschen, oder? Weil man kaum Sicherung hat. Eigentlich erst wunderbar. Da ist es zu wenig zum Lockeröffnen, leider. Ja, man merkt. Das ist schade. Das ist voll creepy, oder? Das ist voll creepy, oder? Ich war schon mal an einem der 80 Meter hoch waren. Ja, ich habe schon mal versucht. Ja, ich habe schon mal versucht. Hallo. 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 Guck mal, die Kamera. Ich schaue schon. Hallo. Hallo. Ich bin doch schrittig, weil ich dann die Kamera gucke. Ja. Oh Mann, ja. Ich bin doch mal so. Ja, das ist spannend. Aber es sieht gut aus. Ja. Ich bin doch mal so. Ja, spannend. Aber es sieht gut aus. Das ist großartig. Und dann kommt der Pferd ab. Ja, wo wir fahren. Ja. Ja. Ja, das ist großartig. Ja, das ist großartig. Und das ist großartig. Ja, das ist großartig. Dann ist es großartig. Das ist eine große Herausforderung. So, wenn ihr die Flüge noch eins geht, dann sind wir die Flüge wieder auf. Wir sind wieder um, auf. So, wieder rein, die Flüge noch einmal, wie lange das mal gestartet ist, aber da habe ich auch keine Frage wieder rein gehabt. So, wenn ihr wieder festgezogen und wenn ihr die Flüge habt, einmal unter die Flüge greifen, mit Schwung nach oben zurück und dann einmal zum Aufgang wieder raus. So, wenn ihr die Flüge habt, dann sind wir die Flüge.